Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir mal in den Bienenwald gefahren und haben jetzt die gleichnamige Bienenwaldmühle besucht. Ist doch schön hier, gell? Na, Claudi? Ja, machen wir den guten Wald, weil unsicher wieder ein anderer Ort und wieder was Schönes zu sehen. Ja. Super, oder? Die Null hat schon gedruckt und war schon im Bad, so gut und so. Ja. Herrlich. Ja.